So wehrten sich die Gefangenen der Pest, Woche um Woche, so gut es ging. Und wie man sieht, gab es sogar ein paar unter ihnen, die sich wie Rambert einbilden konnten. Sie handelten noch als freie Menschen. Sie vermöchten noch, eine eigene Wahl zu treffen. Aber in Wahrheit hatte die Pest zu dieser Zeit, Mitte August, alles überschwemmt. Da gab es keine Einzelschicksale mehr, sondern nur noch ein gemeinschaftliches Erlebnis. Die Pest und die von allen geteilten Gefühle. Die stärksten waren Trennungsschmerz, Verbannung, die Angst und Auflehnung, die sie mit sich brachten. Darum glaubt der Erzähler, auf diesem Höhepunkt der Hitze und der Krankheit sei es angezeigt, die Gewalttaten der Lebenden und das Leiden der getrennten Liebenden zu schildern. Bisher hatte die Pest in den dichterbevölkerten Außenvierteln, in denen es kaum Hygiene gab, viel mehr Opfer gefordert als in der Innenstadt. Doch plötzlich schien sie sich zu nähern und sich auch in den Geschäftsvierteln einzunisten. Die Einwohner gaben dem Wind die Schuld. Er übertrage die Ansteckungskeime. »Er stiftet Verwirrung«, sagte der Hoteldirektor. Wie dem auch sei, die Innenstadt wußte, dass die Reihe an sie gekommen war, wenn sie nachts ganz nahe das immer häufigere Bimmeln der Krankenwagen hörte, die unter ihren Fenstern den trüben, leidenschaftslosen Ruf der Pest ertönen ließen. Man sperrte einige besonders stark betroffene Viertel ab. Die Menschen, die dort lebten, sahen darin natürlich eine besonders gegen sie gerichtete Schikane. Sie glaubten, die Bewohner der anderen Viertel seien freie Menschen. Diese ihrerseits trösteten sich in ihren schweren Stunden mit dem Gedanken, dass andere noch unfreier waren als sie. Um diese Zeit brachen immer häufiger Feuer aus, hauptsächlich in den Vergnügungsvierteln an den westlichen Stadttoren. Man fand heraus, dass einige, die aus der Quarantäne zurückgekehrt waren, vor Trauer und Schmerz rasend ihre Häuser in Brand steckten, weil sie sich einbildeten, die Pest darin vernichten zu können. Man hatte große Mühe, die Brände zu bekämpfen. Der starke Wind brachte ganze Viertel in Gefahr. Aus einleuchtenden Gründen schien die Pest es ganz besonders auf alle jene abgesehen zu haben, die gewöhnlichen Gruppen lebten. Soldaten, Mönche und Sträflinge. Denn trotz der Absonderung gewisser Häftlinge bildet ein Gefängnis eine Gemeinschaft. Und die Tatsache, dass in unserem Gefängnis die Wärter ebenso wie die Sträflinge der Krankheit ihren Tribut zahlten, ist Beweis dafür. Vom höheren Standpunkt der Pest aus waren vom Direktor bis zum letzten Gefangenen alle verurteilt. Und im Gefängnis herrschte vielleicht zum ersten Mal bedingungslose Gerechtigkeit. Vergeblich versuchten die Behörden, in diese Gleichschaltung eine Rangordnung einzuführen. So zeichneten sie etwa die in der Ausübung ihrer Pflicht gestorbenen Gefängniswärter mit einem Orden aus. Da der Belagerungszustand verhängt war und in gewisser Hinsicht die Wärter als mobilisierte betrachtet werden konnten, verlieh man ihnen nach ihrem Tod einen militärischen Orden. Auch wenn die Häftlinge keinen Einspruch erhoben, die militärischen Stellen nahmen die Sache krumm und wiesen darauf hin, dass diese Praxis einen falschen Eindruck hinterlassen könnte. Man beugte sich diesem Einspruch und verlieh den Wärtern kurzerhand posthum den Orden der Epidemie. Die Stadttore wurden nachts wiederholt von kleinen bewaffneten Trupps angegriffen. Es gab Schusswechsel und Verwundete. Einigen gelang die Flucht. Die Wachposten wurden verstärkt und die Überfälle hörten ziemlich schnell auf. Sie hatten jedoch genügt, um in der Stadt Aufruhr zu entfachen. Es kam zu Gewalttaten. Brennende oder versiegelte Häuser wurden geplündert. Die Behörden sahen sich gezwungen, den Pestzustand, dem Belagerungszustand in jeder Hinsicht gleichzusetzen und die entsprechenden Gesetze anzuwenden. Man erschoss zwei Diebe, doch das schreckte wohl niemanden ab. Inmitten so vieler Toten erregten diese zwei Hinrichtungen kein Aufsehen. Sie waren wie Tropfen im Meer. Und in Wahrheit wurde weiter geplündert, ohne dass die Behörden einschritten. Die einzige Maßnahme, die alle zu beeindrucken schien, war die Verhängung des Ausgehverbotes. Von elf Uhr nachts an erstarrte die in völliges Dunkel gehüllte Stadt zu Stein. Der Erzähler bedauert, dass er von nichts wirklich Großartigem erzählen kann, von einem Helden oder einer glänzenden Tat, wie sie in den alten Berichten zu finden sind. Denn nichts ist so unspektakulär wie eine Seuche. Die großen Schicksalsschläge sind schon ihrer Zahl wegen eintönig. In der Erinnerung erscheinen die fürchterlichen Tage der Pest denen, die sie erlebten, nicht als eine ungeheure, unendlich grausame Flamme, sondern viel eher als eine endlose Tretmühle, die alles zermalnte. Nein, die Pest hatte nichts mit den großen, erhebenden Bildern zu tun, die Rieu zu Beginn der Seuche verfolgt hatten. Sie war zunächst eine umsichtige, tadellose, reibungslos arbeitende Verwaltung. Unsere Mitbürger litten seelisch und körperlich an Abzehrung. Zu Beginn der Pest erinnerten sie sich noch sehr gut an den Menschen, den sie verloren hatten und nun vermissten. Sie erinnerten sich deutlich an das geliebte Gesicht, an sein Lachen, an diesen oder jenen Tag, den sie nachträglich als glücklich erkannten. Doch sie konnten sich nur schwer vorstellen, was der andere, wenn sie an ihn dachten, in dieser nun so weiten Ferne machte. Kurz, damals hatten sie Erinnerungen, aber keine Fantasie. Im zweiten Abschnitt der Pest verloren sie auch die Erinnerungen. Sie waren in die eigentliche Ordnung der Pest eingetreten, die gerade durch ihre Mittelmäßigkeit erdrückend war. Bei uns hatte kein Mensch mehr große Gefühle. Jedermann empfand nur noch eintönige Gefühle. Dem Ungestüm der ersten Wochen war eine Niedergeschlagenheit gefolgt, in der man zu Unrecht Ergebungen gesehen hätte, die aber doch ein vorläufiges Sichtreinschicken war. Unsere Mitbürger hatten den Schritt verhalten, sich angepasst, wie man zu sagen pflegt, weil ihnen nichts anderes übrig blieb. Selbstverständlich verharrten sie im Unglück und im Leiden, doch sie spürten den Stachel nicht mehr. Dr. Rieu glaubte, dass gerade darin das Unglück bestand und dass die Gewöhnung an die Verzweiflung schlimmer ist als die Verzweiflung selbst. Schließlich bleibt noch zu sagen, dass die Getrennten ihr seltsames Vorrecht einbüßten, das sie am Anfang bewahrten. Sie hatten die Selbstsucht der Liebe und den Vorteil, den sie daraus zogen, verloren. Wenigstens war jetzt die Lage eindeutig. Die Seuche traf alle. Während der Monate September und Oktober hielt die Pest die Stadt in ihrer erdrückenden Gewalt. Dr. Rieu und seine Freunde merkten, wie müde sie waren. Tatsächlich konnten die Sanitätsmannschaften dieser Müdigkeit nicht mehr Herr werden. Dr. Rieu wurde sich darüber klar, als er an sich und seinen Freunden das Fortschreiten einer eigenartigen Gleichgültigkeit beobachtete. Die Männer zum Beispiel, die bisher ein so lebhaftes Interesse für alle die Pest betreffenden Meldungen gezeigt hatten, kümmerten sich jetzt gar nicht mehr darum. Rambert, der vorläufig mit der Leitung einer seit kurzem in seinem Hotel eingerichteten Quarantäne betraut worden war, kannte haargenau die Zahl der seiner Beobachtung unterstellten Menschen. Er war auf dem Laufenden über die kleinsten Einzelheiten des von ihm erdachten Systems, die Menschen, die unversehens Krankheitssymptome aufwiesen, augenblicklich fortbringen zu lassen. Die Statistik über die Wirkung der vorbeugenden Impfung war in seinem Gedächtnis eingegraben. Aber er war unfähig, die wöchentliche Zahl der Pestopfer anzugeben. Er wusste nicht, ob die Seuche sich ausbreitete oder zurückging. Dabei bewahrte er wenigstens die Hoffnung auf eine baldige Flucht. Was die Übrigen betrifft, die Tag und Nacht ganz von ihrer Arbeit in Anspruch genommen wurden, so lasen sie keine Zeitung, hörten kein Radio. Wurde ihnen ein Ergebnis mitgeteilt, taten sie, als interessierten sie sich dafür, nahmen es aber in Wirklichkeit mit jener zerstreuten Gleichgültigkeit auf, die man bei den Soldaten der großen Kriege zu finden erwartet, die, abgekämpft und erschöpft, sich nur noch bemühen, in ihren täglichen Pflichten nicht zu versagen, ohne auf den entscheidenden Schlag oder einen Waffenstillstand zu hoffen. Grand, der weiterhin die Zahlen der Pest addierte, wäre sicherlich unfähig gewesen, zusammenfassende Ergebnisse zu nennen. Er war nie sehr gesund gewesen, im Gegensatz zu Tarou, Robert und Rieu, die offenkundig gegen Ermüdung abgehärtet waren. In einem Gespräch mit ihm ertappte sich Rieu eines Tages dabei, dass er von seiner Frau erzählte, ganz selbstverständlich, was ihm bisher noch nie vorgekommen war. Er wusste nicht, ob er den immer beruhigenden Telegrammen seiner Frau Glauben schenken durfte, deshalb hatte er sich entschlossen, dem Chefarzt der Heilanstalt zu kabeln, in der sie sich aufhielt. Ihm wurde mitgeteilt, dass sich der Zustand der Kranken verschlechtert habe und versichert, dass alles getan werde, um die Ausbreitung des Übels einzudämmen. Rieu hatte nicht viele Illusionen und die letzten, die ihm noch blieben, raubte ihm die Erschöpfung. Denn er wusste, dass seine Aufgabe auf unabsehbare Zeit nicht mehr darin bestand, zu heilen. Seine Aufgabe war es, Diagnosen zu stellen. Aufdecken, sehen, beschreiben, eintragen, dann verurteilen. Das war seine Aufgabe. Frauen packten seine Handgelenke und weinten, Herr Doktor, retten Sie ihm das Leben. Doch er war nicht da, Leben zu retten. Er war da, um Absonderungen anzuordnen. Was half der Hass, den er dann auf den Gesichtern las? Sie haben kein Herz, wurde ihm eines Tages gesagt. Aber doch, er hatte eines. Es half ihm, die zwanzig Stunden am Tag zu ertragen, während derer er Menschen sterben sah, die zum Leben geschaffen waren. Es half ihm, jeden Tag wieder anzufangen. Für die Zukunft hatte er dafür gerade noch Herz genug. Wie hätte dieses Herz dazu ausreichen sollen, Leben zu retten? Nein, das war nicht Hilfe, was er Tag ein Tag auserteilte, sondern Auskunft. Das konnte man selbstverständlich nicht den Beruf eines Menschen nennen, aber wer aus dieser schreckerfüllten, dezimierten Menge hatte schließlich noch die Freiheit, seinen Menschenberuf auszuüben? Rieu konnte froh sein, dass er so erschöpft war. Wäre er frischer gewesen, so hätte dieser alles durchdringende Todesgeruch ihn womöglich noch sentimental werden lassen. Während der letzten Septembertage kam Rambert zu ihm und sagte, Herr Doktor, ich gehe nicht weg. Ich will bei Ihnen bleiben. Und Ihre Frau? Rambert erklärte, er habe lange nachgedacht, er habe seine Meinung nicht geändert, doch wenn er fortginge, müsste er sich schämen. Und das würde seine Liebe für die Wartende beeinträchtigen. Rieu entgegnete, das sei Blödsinn, man brauche sich nicht zu schämen, wenn man das Glück dem Unglück vorziehe. Aber man kann sich schämen, als Einziger glücklich zu sein. In den letzten Oktobertagen wurde ein Serum ausprobiert, an dem der alte Dr. Castell lange gearbeitet hatte. Es war Rieus letzte Hoffnung. Der Arzt war überzeugt, dass im Falle eines Misserfolgs die Stadt den Launen der Krankheit ausgeliefert sein würde. Die Seuche könnte noch monatelang fortwüten oder grundlos abklingen. Am Vorabend des Tages, da Castell Rieu aufsuchte, war Herrn Autons Sohn krank geworden und die ganze Familie hatte sich in Quarantäne begeben müssen. Die Mutter, die eben erst entlassen worden war, wurde also zum zweiten Mal abgesondert. Sobald der Richter auf dem Körper des Kindes die Krankheitsmerkmale entdeckte, hatte er vorschriftsgemäß Dr. Rieu holen lassen. Als Rieu eintraf, standen Vater und Mutter zu Füßen des Bettes. Der Junge war benommen und ließ sich klaglos untersuchen. Als der Doktor den Kopf hob, begegnete er dem Blick des Richters und hinter ihm dem bleichen Gesicht der Mutter, die ein Taschentuch vor den Mund gedrückt hielt und den Bewegungen des Arztes mit weit geöffneten Augen folgte. Nicht wahr, es ist die Pest, fragte der Richter kalt. Ja, antwortete Rieu und betrachtete wieder das Kind. Die Augen der Mutter wurden noch größer, doch sie sagte noch immer nichts. Auch der Richter schwieg. Dann sagte er leise, Also, Herr Doktor, wir müssen tun, was vorgeschrieben ist. Rieu vermied es, die Mutter anzusehen, die noch immer das Taschentuch auf den Mund presste. Das ist schnell erledigt, wenn ich telefonieren darf. Es tut mir entsetzlich leid. Sie sollten ein paar Sachen bereitlegen, Sie kennen das ja. Frau Oton schaute zu Boden. Ja, das werde ich tun. Bevor Rieu ging, fragte er, ob sie etwas brauchten. Die Frau blickte ihn nur schweigend an, diesmal wandte der Richter die Augen ab. Nein, sagte er, aber retten Sie mein Kind. Das Kind wurde ins Hilfsspital gebracht. In einem ehemaligen Klassenzimmer standen nun sechs Betten. Nach etwa 20 Stunden betrachtete Rieu den Fall als hoffnungslos. Der kleine Körper ließ sich wehrlos vom Gift verzehren. Sehr kleine, schmerzhafte, kaum ausgebildete Beulen saßen an den Gelenken seiner zarten Glieder. Er war im Voraus besiegt. Deshalb wollte Rieu Castells Serum an ihm ausprobieren. Nach dem Abendessen nahmen sie die lange Einimpfung vor. Das Kind reagierte nicht. Am anderen Morgen begaben sich alle schon in der Dämmerung ans Bett des kleinen Jungen, um sich vom Ausgang dieses entscheidenden Versuchs zu überzeugen. Das Kind war aus seiner Benommenheit erwacht und wälzte sich zuckend in den Betttüchern. Am Fußende saß Castell neben dem stehenden Rieu und las ruhig in einem alten Werk. Während sich im ehemaligen Schulzimmer allmählich der Tag ausbreitete, kamen nach und nach auch die anderen. Zuerst Panelou. Als es endlich so hell war, dass man auf der Wandtafel am anderen Ende des Zimmers Spuren alter Gleichungsformeln erkennen konnte, traf Rambert ein. Er lehnte sich an das Fußende des nächsten Bettes und zog ein Päckchen Zigaretten hervor. Aber nach einem Blick auf das Kind steckte er es wieder in seine Tasche. Castell schaute Rieu über seine Brille hinweg an. Haben Sie Nachricht vom Vater? Nein. Er ist in Quarantäne. Der Arzt umklammerte mit aller Kraft die Querstange des Bettes, in dem das Kind stöhnte. Er wandte keinen Blick von dem kleinen Kranken. Der machte sich plötzlich steif, biss die Zähne aufeinander und bog sich leicht in der Hüfte, während er langsam Arme und Beine ausbreitete. Von dem kleinen Körper, der nackt unter der schweren Decke lag, stieg ein Geruch nach Wolle und saurem Schweiß auf. Das Kind entspannte sich ein wenig, zog Arme und Beine wieder zurück und schien schneller zu atmen, blieb aber immer noch blind und stumm. Später krümmte es sich mit einem Stöhnen wieder zusammen, als wäre es in den Magen gebissen worden. Lange blieb es so gekrümmt, von Schauern und krampfartigem Zittern geschüttelt, als würde sein zarter Leib von dem wütenden Pestwind geknickt und unter dem feurigen Atem des Fiebers zerbrochen. Als der Sturm vorüber war, entspannte es sich ein wenig, das Fieber schien sich zurückzuziehen und es schweratmend auf einem feuchten und vergifteten Ufer liegen zu lassen, wo die Ruhe schon dem Tod glich. Als die glühende Flut das Kind zum dritten Mal erreichte und es ein wenig emporhob, kauerte es sich zusammen, kroch voll entsetzen, vor der sengenden Flamme tiefer ins Bett, bewegte den Kopf wie irrsinnig und warf die Decke von sich. Dicke Tränen drangen unter den entzündeten Jiedern hervor und rollten über das bleifarbene Gesicht. Als der Anfall vorüber war, nahm das erschöpfte Kind mit seinen verkrampften, knochigen Armen und Beinen, die in knapp achtundvierzig Stunden völlig abgemagert waren, im zerwühlten Bett die groteske Stellung eines Gekreuzigten ein. Seit einer Weile las Kastell nicht mehr, sondern betrachtete den Kranken. Die morgendliche Besserung ist nicht eingetreten, nicht wahr, Rieu? Rieu verneinte, jedoch halte das Kind schon länger durch als die anderen. Da sagte Panelou, der ein wenig zusammengesunken an der Wand lehnte, wenn er sterben muss, wird er länger gelitten haben. Alle warteten. Das Kind hielt die Augen noch immer geschlossen und schien sich ein wenig zu beruhigen. Die Hände krallten sich in die Decke, sie wanderten höher, kratzten in der Kniegegend und plötzlich bog das Kind die Beine, zog die Schenkel an den Bauch und verharrte unbeweglich. Dann öffnete es zum ersten Mal die Augen und schaute Rieu an, der vor ihm stand. In seinem wie aus grauem Lehm geformten Gesicht öffnete sich der Mund und fast gleichzeitig entrang sich ihm ein einziger von der Atmung kaum veränderter ununterbrochener Schrei, der mit einem Schlag den Saal mit einem eintönigen, schrillen Protest erfüllte, der so wenig menschlich menschlich war, dass er von allen Menschen zugleich zu kommen schien. Rieu biss die Zähne zusammen, Rambert trat neben ihn ans Bett, Panelou schaute diesen von der Krankheit beschmutzten, vom Schrei aller Zeiten erfüllten Kindermund an, und er ließ sich auf die Knie gleiten und alle fanden es natürlich, als sie ihn sagen hörten, mein Gott, rette, dieses Kind. Das Kind schrie weiter, und ringsum wurden die Kranken unruhig. Ein Patient am anderen Ende beschleunigte den Rhythmus seines Klagens, bis auch dies ein Schrei war, während die anderen immer lauter jammerten. Eine Flut von Schluchzern überschwemmte den Saal und übertönte Panelous Gebet, und Rieu, der sich an der Bettstange festhielt, schloß die Augen, ihm war übel vor Müdigkeit und als er sie wieder öffnete, stand Tarou neben ihm. Ich muss fort, sagte Rieu, ich kann es nicht mehr ertragen. Doch plötzlich verstummten die übrigen Kranken. Da merkte der Arzt, dass der Schrei des Kindes schwächer geworden war, dass er immer leiser wurde und dann verklang. Castell trat auf die andere Seite des Bettes und sagte, es sei zu Ende. Mit offenem Mund ruhte das Kind inmitten der durcheinandergeworfenen Decken. Es war plötzlich klein geworden und auf seinem Gesicht waren noch die Spuren der Tränen zu sehen. Panelou machte die Gebärde des Segnens. Dann raffte er seine Soutane zusammen zusammen und verließ den Saal durch den Mittelgang. Rieu stürmte hinaus. Panelou streckte den Arm aus, um ihn aufzuhalten, als er an ihm vorüber eilte. Aber Herr Doktor! Der wenigstens war unschuldig. Das wissen sie. Damit riss Rieu sich los, lief vor Panelou hinaus und bis ans Ende des Schulhofs. Warum waren sie so zornig auf mich? fragte eine Stimme hinter ihm. Auch ich fand diesen Anblick unerträglich. Sie haben recht, verzeihen Sie mir, aber die Übermüdung ist eine Art Wahnsinn und manchmal spüre ich nur noch meine Empörung. Ich verstehe, es ist empörend, weil es unser Maß übersteigt, aber vielleicht sollten wir lieben, was wir nicht begreifen können. Nein, Pater, ich habe eine andere Vorstellung von der Liebe und ich werde mich bis in den Tod hinein weigern, die Schöpfung zu lieben, in der Kinder gemartert werden. Ach, Herr Doktor, eben habe ich erkannt, was Gnade heißt. Ich kann das nicht, aber ich will nicht mit Ihnen streiten, wir arbeiten miteinander für etwas, das uns jenseits von Lästerung und Gebet vereint. Das allein ist wichtig. Ja, auch Sie arbeiten für das Heil der Menschen. Das Heil der Menschen ist ein zu großes Wort für mich. Ich gehe nicht so weit. Mir geht es um Ihre Gesundheit. Herr Doktor, auf Wiedersehen. Panelous Augen glänzten, als er sich erhob. Rieu schien zu erwachen. Noch einmal, verzeihen Sie mir, ein solcher Ausbruch wird sich nicht wiederholen. Und doch habe ich sie nicht überzeugt. Was tut das schon? Ich hasse den Tod und das Böse, das wissen Sie ja. Ob Sie's wollen oder nicht, wir stehen zusammen, um beides zu erleiden und zu bekämpfen. Rieu ergriff Panelous Hand. Sehen Sie, jetzt kann Gott selber uns nicht scheiden. Seit Panelous in die Sanitätstruppe eingetreten war, hatte er die Spitäler und die anderen von der Pest beherrschten Orte nicht mehr verlassen. Er hatte unter den Rettern die Stelle eingenommen, die er für die Seine hielt, nämlich die erste. An Bildern des Todes hatte es ihm nicht gefehlt, und obgleich ihn das Serum grundsätzlich schützte, war ihm auch die Sorge um sein eigenes Leben nicht fremd geblieben. Nach außen hatte er seine Ruhe immer bewahrt, aber seit dem Tag, da er dem Sterben des Kindes zugeschaut hatte, schien er verändert. In seinen Zügen drückte sich eine wachsende Spannung aus, und als er Rieu eines Tages lächelnd erklärte, er bereite gegenwärtig eine kurze Abhandlung über das Thema kann ein Priester einen Arzt zu Rate ziehen vor, hatte der Doktor den Eindruck, es handle sich um etwas viel Ernsteres, als Panelou zugeben wollte. Da der Arzt den Wunsch äußerte, mehr von dieser Arbeit zu erfahren, teilte Panelou ihm mit, dass er bald eine Messer halten werde und bei dieser Gelegenheit einige seiner Ansichten darlegen wolle. Ich möchte, dass Sie auch kommen, Herr Doktor. Das Thema wird Sie interessieren. Der Pater hielt seine zweite Predigt an einem stürmischen Tag. Zunächst erinnerte er daran, dass die Pest seit langen Monaten unter uns wäre und dass wir jetzt vielleicht besser begreifen könnten, was sie uns ohne Unterlass sagte und was wir in der ersten Verwirrung vielleicht nicht richtig verstanden hatten. Denn jetzt kannten wir sie besser, nachdem wir so manches Mal gesehen hatten, wie sie sich an unserem Tisch oder am Lager derer, die wir liebten, niederließ, wie sie neben uns herging und an unserem Arbeitsplatz auf unser Kommen wartete. Was er schon an der gleichen Stelle gepredigt hatte, blieb wahr, doch vielleicht hatte er es ohne Nächstenliebe gedacht und gesagt, wahr blieb, dass es in allen Dingen etwas zu lernen gab. Auch die grausamste Prüfung bedeutete Wesen des Heils erkennen und wissen, wo es zu finden war. Die Leute um Rieu rückten sich auf ihren Bänken zurecht, um möglichst bequem zu sitzen. Eine der gepolsterten Eingangstüren schlug leise. Jemand erhob sich, um sie zu schliessen. Von dieser Bewegung abgelenkt hörte Rieu kaum die Fortsetzung der Predigt. Panelou sagte ungefähr, man dürfe nicht versuchen, das müsse sich bemühen, aus ihr zu lernen. Rieu erfasste verworren, dass es nach des Paters Ansicht gar nichts zu erklären gab. Sein Interesse wurde wieder wach, als er hörte, wie Panelou mit Entschiedenheit sagte, es gebe Dinge, die man im Angesicht Gottes klären könnte und andere, die unerklärlich blieben. Gewiß gab es Gut und Böse und im Allgemeinen konnte man auch leicht verstehen, was sie trennte, doch die Schwierigkeiten begannen innerhalb des Bösen. So gab es zum Beispiel das scheinbar Notwendige und das scheinbar Sinnlose Übel. Es gab den in die Hölle gestürzten Don Juan und den Tod eines Kindes. Während es gerecht ist, dass der Wüstling niedergeschmettert wird, versteht man das Leiden des Kindes nicht. Und es gab in Wahrheit nichts Wichtigeres Leiden mit sich bringt und die Frage nach dem Warum. Im übrigen Leben erleichterte Gott uns alles. Da brachte die Religion keinen Verdienst. Nun drückte er uns an die Wand. So standen wir am Fuß der Pestmauer, in deren todbringendem Schatten wir unser Heil finden mussten. Pater Panelou weigerte sich sogar, sich selbst Erleichterungen und Vorteile zu gewähren, die ihm das Erklettern der Mauer gestattet hätten. Es wäre für ihn ein leichtes gewesen zu sagen, dass die Ewigkeit himmlischer Freuden, die das Kind erwartete, sein Leiden aufwiegen konnte. Doch in Wahrheit wusste er nichts darüber. Und er sagte denen, die ihn an diesem Tag anhörten furchtlos, meine Brüder, der Augenblick ist gekommen. Es gilt, alles zu glauben oder alles zu leugnen. Und wer unter euch wagte alles zu leugnen? Rieu dachte gerade daran, dass die Worte des Paters an Ketzerei grenzten, als dieser schon kraftvoll erklärte, dieser ausdrückliche Befehl, diese reine Forderung sei das Heil des Christen und seine Tugend. Der Pater wusste, dass er viele Geister verletzen werde, die eine nachsichtigere und klassischere Moral gewöhnt waren. Doch die Religion der Pestzeit konnte keine alltägliche Religion sein, und wenn Gott zulassen und sogar wünschen konnte, dass die Seele sich in den Zeiten des Glücks ausruhe und erfreue, so wollte er sie hellwach im Übermaß des Unglücks. Gott erwies seinen Geschöpfen heute die Gnade, sie in ein solches Unglück zu stürzen. Sie mussten nun die höchste Tugend erlangen und auf sich nehmen, sie mussten alles oder nichts wählen. Als Rieu aus der Kathedrale trat, blies ein heftiger Wind den Gläubigen gerade ins Gesicht. Ein alter Priester und ein junger Diakon hatten Mühe, ihre Kopfbedeckungen festzuhalten. Der ältere fand, diese Predigt verrate mehr Verwirrung als Stärke. Und in Panelous Alter habe ein Priester kein Recht, verwirrt zu sein. Der junge Diakon hielt den Kopf gesenkt, um sich gegen den Wind zu schützen und versicherte, er verkehre viel mit dem Pater, er sei über dessen Arbeiten auf dem Laufenden, die Abhandlung werde noch viel gewagter sein und das Imprimatur zweifellos nicht erhalten. Welchen Gedanken verfolgt er denn? Erkundigte sich der alte Priester und meinte dann, wenn ein Priester einen Arzt zur Rate zieht, ist das ein Widerspruch. Eines Abends ging Panelou mit heftigen Kopfschmerzen zu Bett. An den Handgelenken und Schläfen fühlte er die Wallung des entfesselten Fiebers, das er seit Tagen in sich trug. Was folgte, erfuhr man später von seiner Wirtin. Am Morgen war sie wie gewohnt früh aufgestanden. Sie hatte sich gewundert, dass der Pater sein Zimmer nicht verließ und sich nach einiger Zeit sehr zögernd entschlossen, an seine Tür zu klopfen. Sie hatte ihn nach einer schlaflosen Nacht noch im Bett gefunden. Er litt an Atemnot und sein Gesicht schien stärker gerötet als sonst. Sie bot ihm an, einen Arzt zu holen, doch ihr Vorschlag wurde mit kränkender Heftigkeit abgelehnt. Daher zog sie sich zurück. seiner schlechten Laune entschuldigt und ihr erklärt, es handle sich gewiss nicht um die Pest, sondern nur um eine vorübergehende Erschöpfung, er weise keines der Symptome auf. Weiterhin entschlossen, ihren Verpflichtungen nachzukommen, hatte sie alle zwei Stunden nach dem Kranken geschaut. Ihr fiel auf, dass der Pater den ganzen Tag über sehr unruhig war. Er warf die Betttücher zurück und zog sie wieder an sich, strich unablässig mit den Händen über seine feuchte Stirn, richtete sich häufig auf und drang sich ein raues Husten ab. Es war, als versuche er vergeblich aus der Tiefe seiner Kehle Wattebäusche herauszureißen, die ihn erstickten. Wenn die Anfälle vorüber waren, ließ er sich völlig erschöpft zurückfallen. Schließlich blickte er nur noch starr es könnte schließlich doch ein gewöhnlicher Fieberanfall sein. Am Abend machte sie ihm frischen Tee, dann ruhte sie sich ein wenig aus, schlief aber fest ein und erwachte erst bei Tagesanbruch. Sie eilte in sein Zimmer. Der Pater lag reglos da. Die brennende Röte vom Vorabend war einer Fahlheit gewichen, die umso auffälliger war, als die Formen des Gesichts noch voll waren. Sie fragte ihn, wie es ihm gehe, und mit einer Stimme, deren seltsam gleichgültiger Ton sie beeindruckte, sagte er, es gehe ihm schlecht, er brauche keinen Arzt, und es genüge ihn, ins Spital zu bringen, damit alles in Ordnung sei. Erschreckt stürzte die alte Dame ans Telefon. Rieu traf gegen Mittag ein. Der Wirtin sagte er nur, Panelou empfing ihn teilnahmslos. Rieu untersuchte ihn und war überrascht, außer der Verschleimung und Beklemmung der Lungen keines der hauptsächlichen Anzeichen der Beulen oder Lungenpest zu finden. Doch der Puls war so schwach und der Allgemeinzustand so besorgniserregend, dass wenig Hoffnung blieb. Sie haben kein ausgeprägtes Symptom der Krankheit, aber es besteht dennoch ein Verdacht, und ich muss sie absondern. Der Pater lächelte eigenartig, fast höflich, antwortete jedoch nicht. Ich werde bei Ihnen bleiben. Panelou schien sich zu beleben und blickte den Arzt an. Es war, als kehre die Wärme in seine Augen zurück. Danke, aber Ordens Brüder haben keine Freunde. Sie haben alles auf Gott gestellt. Er verlangte das Kruzifix, das über dem Kopf Ende des Bettes hing, und als er es in der Hand hielt, wandte er sich ab, um es zu betrachten. Im Spital öffnete Panelou den Mund nicht mehr. Starr ließ er alle Behandlungen über sich ergehen. Der Fall des Priesters blieb weiterhin zweideutig. Rieu wurde die Zweifel nicht los. Es war die Pest, und sie war es auch wieder nicht. Seit einiger Zeit schien sie überhaupt ein Vergnügen daran zu finden, Diagnosen zu erschweren. Das Fieber stieg an, der Husten wurde immer rauer und marterte den Kranken den ganzen Tag. Am Abend spuckte der Pater die ihn erstickende Watte endlich aus. Sie war rot. Inmitten des rasenden Fiebers bewahrte Panelou seinen teilnahmslosen Blick, und als er am nächsten Morgen halb aus dem Bett geworfen tot aufgefunden wurde, drückte sein Blick gar nichts aus. Man schrieb auf sein Krankenblatt zweifelhafter Fall. Die Pest vergaß niemanden zu lange. Während des Monats Dezember loderte sie in den Lungen unserer Mitbürger und erhielt das Feuer im Einäscherungsofen. Kurz, sie wurde nicht müde, geduldig und ruckwärts. Weise vorwärts zu schreiten. Die Behörden hatten damit gerechnet, dass die Kälte diesem Fortschritt Einhalt gebieten werde, doch die Seuche ließ die ersten Tage der rauen Jahreszeit über sich ergehen, ohne von der Stelle zu weichen. Man musste abwarten. Aber wer zu lange warten muss, hört schließlich ganz auf zu warten. Unsere ganze Stadt lebte ohne Zukunft. Es war noch ein Spital Kranken Zwiegespräche. Er bemerkte, dass in diesem Stadium der Seuche, da die Pest mehr und mehr die Lungen befiel, die Kranken dem Arzt irgendwie zu helfen schienen. Anstatt sich wie am Anfang der dumpfen Niedergeschlagenheit oder der Raserei zu überlassen, schienen sie jetzt zu wissen, was sie brauchten und verlangten von selbst, was ihnen am zuträglichsten war. Sie wollten unaufhörlich trinken und Wärme nicht mehr so einsam. Rambert gestand dem Arzt, dass er dank der beiden Wachen, die ihm ursprünglich zur Flucht verhelfen sollten, einen geheimen Briefwechsel mit seiner Frau habe zustande bringen können. Manchmal bekam er einen Brief. Er bot auch Rieu diese Verbindung an. Zum ersten Mal seit langen Monaten schrieb der Arzt wieder. Doch es fiel ihm schwer. Es gab eine Sprache, die der Brief ging ab. Die Antwort ließ lange auf sich warten. Weihnachten war eher das Fest der Hölle als das des Evangeliums. Leere lichtlose Geschäfte, Schokolade Attrappen und leere Konservenbüchsen in den Schaufenstern, düstere Gesichter in den Straßenbahnen. Das Fest, über das sich früher alle arm und reich freuten, ließ nur noch Raum für weniger einsame Festgelage, die sich ein paar bevorzugte schuldbewusst in einem schmutzigen Hinterstübchen mit Gold erkauften. Die Kirchen waren mehr von Klagen als von Dankgebeten erfüllt. In der trüben, kalten Stadt liefen ein paar Kinder umher, die noch nicht wussten, was sie bedrohte. Aber niemand mochte ihnen von dem mit Gaben beladenen Gott von ehemals erzählen, der alt ist wie die Mühsal der Menschen und jung wie die neue Hoffnung. In allen Herzen war nur noch Raum für eine sehr alte und sehr trübe Hoffnung, die den Menschen hindert, sich dem Tod zu überlassen, den verbissenen Lebenswillen. Rieu wartete die Veröffentlichungen der allgemeinen Statistik ab, die zu Beginn jeder Woche erschien. Sie offenbarte einen Rückgang der Krankheit. Obwohl dieser plötzliche Rückgang der Krankheit unverhofft kam, freuten sich unsere Mitbürger nicht. In den vergangenen Monaten war zwar ihre Sehnsucht nach Freiheit immer stärker geworden, doch sie hatten gelernt, vorsichtig zu sein und sich daran gewöhnt, nicht mit einem baldigen Ende der Seucht zu rechnen. Doch alle sprachen über dieses neue Ergebnis. Eine große uneingestandene Hoffnung regte sich. Alles Übrige wurde nebensächlich. Die Verglichen mit dieser unerhoerten Neuigkeit. Die Statistik war gefallen. Dass unsere Mitbürger nun, wenn auch mit scheinbarer Gleichgültigkeit davon sprachen, wie das Leben nach der Pest wieder ins Lot kommen werde, zeigte, dass sie insgeheim die Zeit der Gesundheit erwarteten. Alle waren sich darin einig, dass die Annehmlichkeiten des früheren Lebens kaum mit einem Schlag zurückkehren würden und dass es leichter sei zu zerstören als wieder aufzubauen. Jeder dachte nur, dass die Ernährungslage verbessert werden könnte und man so von der dringendsten Sorge befreit würde. In Wirklichkeit entstand hinter diesen beiläufigen Bemerkungen urplötzlich eine zügellose wahnwitzige Hoffnung, die so übermächtig war, dass unsere Mitbürger sich ihrer doch bewusst wurden und dann eilig versicherten, die Befreiung sei natürlich nicht von heute auf morgen zu erwarten. Und tatsächlich hielt die Pest auch nicht von heute auf morgen inne, aber sie schien schneller zu erlarmen als zu erhoffen war. In den ersten Januartagen brach eine ungewöhnlich langdauernde Kältewelle herein und schien die Stadt in Kristall einzuhüllen. Nie war der Himmel so blau gewesen. Ganze Tage lang verströmte er in unwandelbarer eisiger Pracht ein ungetrübtes Licht über unsere Stadt. In dieser gereinigten Luft schien die Pest sich zu erschöpfen. Im Verlauf von drei Wochen klang sie immer weiter ab und die Zahl der Toten, die sie aneinander reihte, wurde immer kleiner. Innerhalb kurzer Zeit verlor sie beinahe die gesamten Kräfte, die zusammen sie Monate gebraucht hatte. Die eigentliche Herrschaft der Pest war zu Ende, als die Bevölkerung wieder Hoffnung hegte. Bis zum 25. Januar lebten alle in geheimer Erregung. In jener Woche fiel die Statistik auf einen so tiefen Stand, dass die Präfektur nach einer Besprechung mit den Ärzten bekannt gab, die Epidemie könne als eingedämmt betrachtet werden. Die Mitteilung fügte allerdings hinzu, dass in dem Bestreben Vorsicht walten zu lassen, was die Bevölkerung gewiss billigen werde, die Tore der Stadt noch zwei Wochen lang geschlossen bleiben und die Vorbeugungsmaßnahmen noch einen Monat beibehalten werden sollten. Alle waren sich jedoch einig, dass diese Zusätze nur als Formsache anzusehen seien und am Abend des 25. Januar erfüllte freudig bewegtes Leben die Stadt. Um seinen Teil zum allgemeinen Jubel beizusteuern, befahl der Präfekt, die Beleuchtung der Friedenszeit wieder einzuschalten. Unter dem kalten, klaren Himmel bummelten unsere Mitbürger in lärmenden, lachenden Gruppen durch die hell erleuchteten Straßen. Gewiss, in zahlreichen Häusern blieben die Läden geschlossen und die Familien betrachteten diese Nacht, in der andere jauchzten, schweigend. Und doch war die Erleichterung auch für viele dieser Trauernden sehr groß. Endlich mussten sie nicht mehr befürchten, andere Angehörige würden ihnen entrissen. Auch die Sorge um ihre eigene Gesundheit bedrückte sie nicht mehr. Wenige Tage vor Öffnung der Tore fragte sich Dr. Rieu auf dem Heimweg, ob er das erwartete Telegramm vorfinden werde. Obwohl seine Tage immer noch so anstrengend waren wie zur schlimmsten Zeit der Pest, hatte die Erwartung der Befreiung seine ganze Müdigkeit verscheucht. Er hoffte jetzt. Und darüber war er froh. Niemand kann seinen Willen ewig anspannen und sich immer hart machen. Und es ist ein beglückendes Gefühl, wenn man endlich aus vollem Herzen diese Garbe der Kräfte lösen kann, die für den Kampf gebunden wurde. Wenn auch das erwartete Telegramm günstig lautete konnte Rieu neu beginnen. Und er glaubte, dass alle Menschen neu beginnen sollten. Er kam an der Hausmeisterwohnung vorbei. Der neue Hausmeister drückte sein Gesicht gegen das Fenster und lächelte ihm zu. Während Rieu die Treppe hinaufstieg, sah er sein von Müdigkeit und Entbehrungen blasses Gesicht vor sich. Ja, er wollte neu beginnen. Mit ein bisschen Glück. Er öffnete die Tür und Mutter kam ihm entgegen, um ihm zu sagen, dass es Herrn Tarou nicht gut gehe. Er war am Morgen aufgestanden, hatte aber nicht ausgehen können und sich eben wieder niedergelegt. Frau Rieu war in Sorge. Vielleicht ist es nichts Ernstes, sagte ihr Sohn. Tarou lag ganz ausgestreckt. Sein schwerer Kopf war im Kissen vergraben, seine starke Brust zeichnete sich unter den dicken Wolldecken ab. Er hatte Fieber. Kopfschmerzen quälten ihn. Er sagte Rieu, die Anzeichen seien zwar unbestimmt, könnten jedoch sehr wohl die Pest bedeuten. Nein, noch nichts Bestimmtes, sagte Rieu, nachdem er ihn untersucht hatte. Tarou hatte entsetzlichen Durst. Im Gang sagte der Arzt zu seiner Mutter, dass es der Anfang der Pest sein könne. Das ist doch nicht möglich, nicht jetzt. Wir wollen ihn hier behalten, Bernard. Als er zu Tarou zurückkehrte, sah dieser, dass er die riesigen Ampullen mit dem Serum in Händen hielt. Ach, das ist es. Nein, nur eine Vorsichtsmaßnahme. Anstatt zu antworten, hielt Tarou seinen Arm hin und ließ die endlose Einspritzung, die er selbst an anderen Kranken vorgenommen hatte, heute Abend werden wir sehen. Und die Absonderung, Rieu? Es ist gar nicht sicher, dass sie wirklich die Pest haben. Dies ist das erste Mal, dass ich sehe, wie Serum eingespritzt wird, ohne dass gleichzeitig Quarantäne angeordnet würde. Meine Mutter und ich werden sie pflegen, sie sind hier besser aufgehoben. Rieu, sie müssen mir alles sagen. Ich verspreche es Ihnen. Danke. Ich will nicht sterben und werde kämpfen, aber wenn das Spiel verloren ist, will ich ein guter Verlierer sein. Nein, um ein Heiliger zu werden, muss man leben. Kämpfen sie. Im Verlauf des Tages nahm die empfindliche Kälte ein wenig ab, aber nur, um am Nachmittag heftigen Regen und Hagelschauern zu weichen. Gegen Abend hellte sich der Himmel etwas auf und die Kälte wurde durchdringender. Rieu kam spät nach Hause. Ohne seinen Mantel abzulegen, betrat er das Zimmer seines Freundes. Seine Mutter strickte. Tarou schien sich nicht gerührt zu haben, aber seine fiebergebleichten Lippen zeigten, welchen Kampf er ausforcht. Nun, fragte der Arzt. Ich verliere das Spiel. Der Arzt beugte sich über ihn. Unter der brennenden Haut hatten sich Knoten gebildet, seine Brust schien vom Lärm einer unsichtbaren Schmiede zu widerheilen. Die Symptome waren nicht eindeutig. Rieu richtete sich auf und sagte, das Serum habe noch nicht Zeit gehabt, seine Wirkung voll zu entfalten. Später setzten sich Rieu und seine Mutter zu dem Kranken. Für ihn begann die Nacht des Kampfes. Rieu wusste, dass dieses harte Ringen mit dem Pest Engel bis zum Morgengrauen dauern würde. Nicht die kräftigen Schultern und die breite Brust waren Tarous beste Waffen, sondern vielmehr das Blut, das Rieu am Mittag unter seiner Nadel hatte hervorspritzen lassen und in diesem Blut das, was noch tiefer lag als die Seele, was keine Wissenschaft ans Licht bringen konnte. Und er musste zusehen, wie sein Freund sich wehrte. Tarou kämpfte regungslos und stumm. Kurz vor Morgengrauen beugte sich Rieu zu seiner Mutter. Du solltest dich niederlegen, damit du mich um acht Uhr ablösen kannst. Mach noch die Einträufelungen, ehe du schlafen gehst. Frau Rieu erhob sich, legte ihr Strickzeug beiseite und trat ans Bett. Tarou hielt seine Augen schon seit einiger Zeit geschlossen, der Schweiß lockte seine Haare über der harten Stirn. Frau Rieu seufzte und der Kranke schlug die Augen auf. Er sah das weiche Gesicht über sich geneigt und trotz der Fieberwellen erschien noch einmal Der Arzt nickte ein, aber das erste Fahrzeug des dämmernden Tages riss ihn aus einem Schlummer. Er fröstelte. Er schaute Tarou an und bemerkte, dass eine Pause eingetreten war und der Kranke ebenfalls schlief. Als der Arzt wenig später ans Bett trat, blickte Tarou ihn mit ausdruckslosen Augen an. Sie haben geschlafen, nicht wahr? Ja. Können Sie leichter atmen? Ein bisschen. Hat es etwas zu bedeuten? Nein, Tarou, das hat nichts zu bedeuten. Sie kennen die morgendliche Besserung so gut wie ich. Danke. Sagen Sie mir immer die Wahrheit. Rieu hatte sich auf das Fußende des Bettes gesetzt. Er spürte die langen harten Beine des Kranken neben sich wie die Glieder einer Grab Figur. Tarou atmete schwer. Das Fieber wird wiederkommen, nicht wahr, Rieu? Ja, aber um Mittag werden wir Gewissheit haben. Tarou schloß die Augen und schien seine Kräfte zu sammeln. Seine Züge waren matt. Er erwartete das Steigen des Fiebers, das sich schon in seinem Innern zu regen begann. Als er die Augen öffnete, war sein zu ihm neigte. Trinken Sie, sagte Rieu. Es dauert lange. Am Mittag erreichte das Fieber seinen Höhepunkt. Der Husten, der aus den Eingeweiden hervorzubrechen schien, erschütterte den Körper des Kranken, der nun Blut spuckte. Die Lymphknoten waren nicht weiter angeschwollen. Sie waren hart wie Schrauben, die in die Gelenkhöhlen versenkt worden waren. Rieu hielt es für unmöglich sie zu öffnen. Zwischen Fieberkrämpfen und Husten sah Tarou seine Freunde manchmal noch an, aber bald öffneten seine Augen sich immer seltener und sein Gesicht wurde bleicher. Der Gewittersturm, der diesen Körper in heftigen Krämpfen schüttelte, erleuchtete ihn immer seltener mit Blitzen und auf dem Grunde des Sturms wurde Tarou langsam fortgetrieben. Am Ende waren es Tränen der Ohnmacht, die Rieu nicht sehen ließen, wie Tarou sich plötzlich zur Wand drehte und mit einer dumpfen Klage sein Leben aushauchte, als sei in ihm eine unentbehrliche Seite gesprungen. Die folgende Nacht war nicht von Kampf, sondern von Schweigen geprägt, von dem Schweigen, das aus den Betten stieg, in den Rieu Menschen hatte sterben lassen. Es war überall dasselbe Innehalten, derselbe feierliche Zwischenhalt, immer dieselbe Besänftigung, die dem Kampf folgte. Es war das Schweigen der Niederlage. Doch das Schweigen, das nun seinen Freund umhüllte, war undurchdringlich. Eins mit dem Schweigen der Straße und der von der Pest befreiten Stadt. Rieu fühlte deutlich, dass die Niederlage diesmal endgültig war. Es war die Niederlage, die einen Krieg beendet Der Arzt wußte nicht, ob Tarou schließlich Frieden gefunden hatte. Für ihn, das glaubte er in jenen Momenten zu wissen, würde es keinen Frieden mehr geben. Draußen herrschte die kalte Nacht mit eisigen Sternen am klaren Himmel. Immer wieder wanderten seine Gedanken zu seiner Frau, immer wieder verscheuchte er sie. Er hielt mit seiner Mutter eine schweigende Totenwache. Er wußte, was seine Mutter dachte und dass sie ihn in diesem Augenblick liebte. Aber er wußte auch, dass die Liebe zu einem Menschen nicht viel bedeutet, zumindest dass eine Liebe niemals stark genug ist, um den ihr gemäßen Ausdruck zu finden. So würden er und seine Mutter sich immer wortlos lieben. Und auch sie würde sterben oder er und ihr Leben lang würde es ihnen nie gelingen, ihre innige Verbundenheit besser zum Ausdruck zu bringen. Auch mit Tarou war es ihm so ergangen, neben dem er gelebt hatte und der heute Abend gestorben war, ohne dass ihre Freundschaft Zeit gehabt hätte, richtig zu leben. Tarou hatte, wie er sagte, das Spiel verloren. Aber er, Rieu, was hatte er gewonnen? Er kannte nun die Pest und ihm würde die Erinnerung an sie Er kannte die Freundschaft und ihm würde die Erinnerung daran bleiben, er kannte innige Verbundenheit und auch daran würde ihm eines Tages nur noch die Erinnerung bleiben. Das Einzige, was der Mensch im Spiel der Pest und des Lebens gewinnen konnte, waren Erkenntnisse und Erinnerung. Vielleicht war es das, was Tarou das Spiel gewinnen nannte. Wahrscheinlich nahm Rieu deshalb am Vormittag die Nachricht vom Tode seiner Frau mit Ruhe auf. Er befand sich in seinem Arbeitszimmer. Seine Mutter war herbeigeeilt, hatte ihm ein Telegramm überreicht und war dann hinausgegangen, um dem Boten ein Trinkgeld zu geben. Als sie zurückkehrte, hielt ihr Sohn das Telegramm geöffnet in der Hand. Sie schaute ihn an, doch er betrachtete starr durch das Fenster einen strahlenden Morgen, der sich über dem Hafen erhob. Bernard, das Telegramm. Ja, vor acht Tagen. Frau Rieu wandte sich ab, der Arzt schwieg. Dann sagte er zu seiner Mutter, sie solle nicht weinen, er sei darauf gefasst gewesen, es sei dennoch schwer. Sein Schmerz war frei von Überraschung. Seit vielen Monaten und seit zwei Tagen war es der stets gleiche Schmerz. Im Morgengrauen eines schönen Februartages öffneten sich endlich die Tore, bejubelt von der Bevölkerung, den Zeitungen, dem Radio und den Mitteilungen der Präfektur. Bis in den Abend hinein dauerten die Festlichkeiten. Zur gleichen Zeit begannen im Bahnhof Lokomotiven zu rauchen, während Schiffe, die von fernen Meeren kamen, bereits ihren Bug auf unseren Hafen richteten und auf ihre Weise anzeigten, dass dieser Tag für alle, die unter der Trennung gelitten hatten, der Tag der großen Wiedervereinigung war. Menschen unterschiedlichster Herkunft taten sich zusammen und tranken Brüderschaft. Die Gleichheit, die der Tod nicht verwirklichen konnte, wurde jetzt wenigstens für ein paar Stunden von der Freude über die Erlösung geschaffen. Das jedenfalls sprang Rieu ins Auge, als er am späten Nachmittag auf dem Weg in die Vorstadt inmitten des Glockengeläutes, des Kanonendonners, der Musik und des ohrenbetäubenden Geschreis allein dahinschritt. Seine Arbeit ging weiter. Für die Kranken gab es keine Pause. In das schöne zarte Licht, das sich auf die Stadt senkte, mischten sich die alten Gerüche von Braten und Anisschnaps. Um Rieu herum hoben sich lachende Gesichter zum Himmel. Männer und Frauen mit glühenden Gesichtern klammerten sich mit der ganzen Unbeherrschtheit und dem Schrei des Verlangens aneinander. Ja, die Pest war mitsamt dem Grauen zu Ende und die Arme, die sich um Schlangen sagten wahrlich, dass sie im tiefsten Sinne des Wortes Verbannung und Trennung gewesen war. Zum ersten Mal konnte Rieu dem vertrauten Ausdruck, den er monatelang auf den Gesichtern der Menschen gesehen hatte, einen Namen geben. Er brauchte jetzt nur, um sich alle diese Menschen schließlich das Kostüm angezogen, das der Rolle, die sie schon seit langem spielten, entsprach, die Rolle von Verbanden, deren Kleidung nun ebenso wie ihr Gesicht von der Abwesenheit und der fernen Heimat redete. Von dem Augenblick an, da die Pest die Tore der Stadt geschlossen hatte, lebten sie nur noch in der Trennung. Sie waren von jener menschlichen Wärme geschieden worden, die alles vergessen lässt. An allen Enden der Stadt hatten sich diese Männer und diese Frauen nach einer Vereinigung gesehnt, die nicht für alle gleich, die aber für alle gleich unmöglich war. Die meisten hatten mit ihrer ganzen Kraft nach einem Abwesenden der Wärme eines Körpers, der Zärtlichkeit oder der Gewohnheit geschrien. Manche litten oft unbewusst darunter, dass sie von der Freundschaft auf den gewöhnlichen Wegen der Freundschaft mit Briefen, Zügen oder Schiffen zu erreichen. Weniger hatten, wie vielleicht Tarou, die Vereinigung mit etwas begehrt, das sie nicht nennen konnten, das ihnen aber als das einzig erstrebenswerte Gut erschien, und mangels eines anderen Namens hießen sie es manchmal Frieden. Was diese Verbannung und diese Sehnsucht nach Wiedervereinigung für einen Sinn haben mochte, wußte Rieu nicht. Er ging immer weiter, wurde von allen Seiten gestoßen und angerufen und gelangte langsam in weniger belebte Straßen. Er dachte, dass es nicht darauf ankam, ob diese Dinge einen Sinn haben, sondern nur darauf, dass die Menschen Hoffnung haben. Er kannte die Antwort jetzt. Dies wurde ihm in den beinahe verlassenen Straßen der Vorstadt bewusst. Diejenigen, die sich an das wenige, was sie waren, gehalten und nur begehrt hatten, in das Haus ihrer Liebe zurückzukehren, wurden manchmal belohnt. Gewiß irrten manche weiter einsam durch die Stadt, des Menschen beraubt, den sie erwartet hatten. Wie glücklich waren die, die nicht zweimal getrennt worden waren, wie jene, denen es vor der Seuche nicht gelungen war, ihre Liebe von Anfang an zu erfüllen, die sich jahrelang blind um jene Übereinstimmung bemüht hatten, die schließlich feindliche Liebende aneinander schmiedet. Die hatten sich, wie Rieu selbst, leichtfertig auf die Zeit verlassen. Sie waren nun für immer getrennt. Aber andere, wie Rambert, von dem der Arzt sich am Morgen mit den Worten verabschiedet hatte, nur Mut, jetzt wird sich zeigen, dass sie Recht hatten, hatten ohne Zögern den verloren geglaubten Abwesenden wiedergefunden. Eine Zeit lang wenigstens würden sie glücklich sein. Wenn man etwas immer ersehnen und manchmal auch erhalten kann, so ist es die liebevolle Verbundenheit mit einem Menschen. Das wussten sie jetzt. Diese Chronik geht ihrem Ende entgegen. Es ist Zeit, dass Dr. Bernard Rieu sich als ihr Verfasser bekennt. Um ein getreuer Zeuge zu sein, musste er hauptsächlich von Taten, Dokumenten und Gerüchten sprechen. Doch was er von sich hätte erzählen können, von seinem Warten, seinen Prüfungen, musste er verschweigen. Wenn er sich seines eigenen Erlebens bedient hat, so nur, um seine Mitbürger zu verstehen, um ihren meist nur verschwommenen Empfindungen eine möglichst deutliche Form zu geben. Es hat ihn nicht viel Mühe gekostet. Wenn er versucht war, seine Geständnisse unmittelbar unter die tausend Stimmen der Pestkranken zu mischen, hielt ihn der Gedanke zurück, dass sein Leid auch das der anderen war. In einer Welt, in der Schmerz so oft einsam ist, war dies ein Vorteil. Er musste einfach für alle sprechen. Damals, inmitten des Jubels, der lange am Fuß der Terrassen wiederhalte und umso lauter und anhaltender wurde, je zahlreicher die bunten Streuße des Freudenfeuerwerks am Himmel aufleuchteten, beschloss Dr. Rieu, den Bericht zu verfassen, der hier zu Ende geht. Er wollte nicht zu denen gehören, die schweigen. Er wollte vielmehr für diese Pestkranken Zeugnis ablegen und wenigstens ein Zeichen zur Erinnerung an die ihnen zugefügte Ungerechtigkeit und Gewalt setzen. Er wollte schildern, was man in den Heimsuchungen lernen kann. Die und doch wusste er, dass dies nicht die Chronik eines endgültigen Sieges sein konnte. Sie konnte nur das Zeugnis für das sein, was man hatte vollbringen müssen und was auch all jene Menschen vollbringen müssen, die trotz ihrer inneren Zerrissenheit gegen die Herrschaft des Schreckens und seine unermüdliche Waffe ankämpfen, die sich Heimsuchungen nicht beugen wollen, keine Heiligen sein können und sich Während Rieu den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt empor drangen, erinnerte er sich daran, dass dieses Glück ständig bedroht war. Denn er wusste, was dieser fröhlichen Menge unbekannt war, was in den Büchern zu lesen steht, dass der Pest Bacillus niemals ausstirbt oder verschwindet, sondern jahrzehntelang in den Möbeln oder der Wäsche schlummern kann, dass er in den Zimmern, den Kellern, den Koffern, den Taschentüchern und den Bündeln alter Papiere geduldig wartet und dass vielleicht der Tag kommen wird, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und erneut aussenden wird, damit sie in einer glücklichen Stadt sterben. Untertitelung